Uuuuuh Duel! Boah, ich bin mit Martin im Team! Ihr habt's gehört, Adol ist mit Martin im Team. Ich bin mit Fabian im Team. Ich hab's gehört, das ist schon... Fabian, was machen wir denn? Alter, wie mies ist das bitte? Wunderbar! Hey Martin! Ähm, warte, jetzt pass auf, jetzt komm, jetzt muss ich was krasses tun, Simon. Soll ich tun? Soll ich tun? Um den Link legt die beiden. Was hab ich denn bitte wieder für Karten? Ja, wer besser denn, wer hättest du zwei weniger? Ja. Mann, das ist echt strecklich, was du da hast. Och, Gott sei Dank. Wie, grad mal aus Prinzip, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt hier ne 7 leg, kann ich dann auch mit Arnold tauschen oder muss ich mit einem von euch tauschen? Ja, du kannst auch mit Arnold tauschen. Mit Arnold tauschen, ja. Ähm, wir kommen zurück, UNO 2 gegen 2, ich weiß nicht, ob ich's schon gesagt hab. Oh, ihr seid süß. Wir spielen unser lieblings virtuelles Kartenspiel. Natürlich, wie immer. Ohne Emotionen. Ja. Total gelassen. Gut gelaunt. Arnold, du Mistsau, ey, blau. Ja komm, ey. Das ist doch kein Problem. Einmal tauschen, bitte. Oh, jetzt find ich's gut. Jetzt versteh ich dich. He, he. Ah ja. Fuck. Ah, ja, ja, ja. Oh, hey. Oh, hey. Ja. So, Martin, der hat kein Grün. Martin muss ziehen. Nein, der hat kein Grün. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, je, oh, je. Oh, je, oh, je. Komm, Mann, Mann, nochmal. Guck mal, ob noch was Grünes hast du. Du Ratte. Findest du noch was Grünes irgendwo zwischen den Zähnen oder so? Oh, Mann. Warte ich. Wie einfach. Oh. Boah. Ja, wunderbar. Mhm. Du weißt, was zu tun ist, Simon. Jetzt hast du mir zwar eingesetzt, äh, Fabio, aber Simon natürlich dadurch auch, ne? Ja, muss er gucken wo und bleibt. Ähm, oh. Hi. Oh. Ja. Oh. Oh, ne good decision. Ähm. Da kann sie sich aber gleich wiederholen. Auch macht er nicht. Nipp. Komm, München, komm, komm, komm. Weißt du was schönes? Das was Arnold nimmt. Ah! Arnold ist ein Mann der Tat. Ey, Barbie. Das ist nicht herrlich. Oh, weh. Ihr dachtest schon, er zieht jetzt auf eine. Ja, ja. Nein, nein, Mannin. Kein Uno für dich. Ich hab leider heute kein Uno für dich, Mannin. Für dich gibt's heute kein Uno mit. Dafür schluckst du jetzt wieder, Simon. Oh nein, dafür schluck ich jetzt mal. Ich hab Arnold. Arnold hat den Mund weit offen. Arnold passt richtig viel rein. Arnold, nix mehr schütten. Ja, sehr schön, Simon. Ja, sehr schön. Wie aus einem Guss. Wie aus einem Guss. Finde ich gut. Ähm. Ja. Ja. Simon, jetzt sollte ich an und wir beide sammeln und die anderen beiden machen dann fertig. Ja. Das klappt. Wir spielen nicht mit unseren Teamkameraden, sondern jeder für sich. Wunderbar. Oh, oh. Was machen wir jetzt? Ja, kann nur das machen. Ja, du kannst nur das machen, ne? Ich zieh erstmal. Oh, fuck me, ey. Oh nein! Sehr gut! Uno! Ähm, auch scheiße. Jetzt muss ich ja aber auch hier. Ja. Ich mach das einfach anders. Ich muss auch gleich nochmal die Null. Bitte nicht, ey. Irgendwas Rotes. Komm. Blaue Null. Irgendwas Rotes. Bitte! Oh ja, das geht auch. Boah! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Ja, fuck. Natürlich. Das ist doch Wahnsinn! Natürlich! Genießen! Ah! Ah! Ist das schön! Was? Sehr gut. Das ist doch Wahnsinn hier, ey. Sehr schön. Ja, mach gar nicht. Die Plus 4 daraus. Ja, wunderbar. Verwendert halt ein goldenes Händchen, ja? Zieht ganz halt Scheiß bis zum richtigen Moment. So sieht's aus. Das ist ein goldenes Händchen. Das kann man auch zur Not sich dann abschlagen und verkaufen, wenn es mal ganz blöd läuft. Das riecht sich gut. Das ist super. Das wächst doch gar wieder nach, wenn du Glück hast. Ja! Ähm, so. Und so. Ah, Simon macht das nochmal. Ja. Machen wir mit. Hat Martin was Grünes? Ja, er hat was Grünes. Und so. Ah, herrlich. Wie geschnitten Brot. Ah, jetzt ist man fertig mit Brot. Nach 3 Minuten und wir sind tot. Ich hoffe nicht. Und so. Hä? Hä? Alter. So, hier darfst du nochmal. Dann darf aber Arnold nicht. Oh. Ja, ich würde auch sagen Martin auch nicht. Ne. Aber ich. Oh. Oder doch? Oder hier? Ja. Aber ja, aber nein. Aber ja. Schade. Nehmen wir mal die. Ja, ist gut. Ich habe gehört, der Martin friert an seinen Händen. Der braucht ein bisschen was. Oh je. Der braucht Kartenmaterial. Egal. Bari? Meinst du? Ähm, ich überlege. Ich überlege zu ziehen. Und dann lege ich was. Und es war eine gute Entscheidung. Es war eine gute Entscheidung sogar. Udo. 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 Sehr gut, sieben uns. Sehr gut. Ja. Oh. Ja. Das ist natürlich belastend. Das ist sehr belastend. Schade. Kann man die Taktik versauen. Einfach in die Suppe gespuckt, weißt du? Oha Hat der auch noch, weißt du? Was willst du denn dagegen machen? Dagegen machst du nichts Ich glaube, Arnold hat Blau Jaja, Arnold hat Blau Oder vielleicht Grün? Aber Martin hat... Oh, Martin muss wechseln Oh, ich muss aussetzen Weißt du, was ich tun muss? Ja Oh, der Martin Der Martin hat ne Farbwechselkarte Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Der Arnold auch Oh, 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 oh Nice Arnold Oh, oh, oh Fisting at its best Ohne Witz, richtig schön dick Alles noch geschenkt bekommen Was willst du? Das ist doch das Blood of Doom, ne? Das ist keine Leistung Keine Chance Naja 1-1 Ja Schauen wir mal Natürlich Warte Dieser Satz gewinnt, Freunde Tausch halt mit mir Oh, schade Ich hab gar nicht gemerkt, dass ich dran bin, muss ich ehrlich gestehen Wunderbar, Fabi Wunderbar Sehr schön, Simon Ähm Oh, ja Ach, herrlich Oh, ja Ach, herrlich Schade Das ist eine gute Wahl Alter Alter, willst du mich verarschen jetzt? Belastend Sehr belastend Simon, wehe Wehe Sehr belastend, ey Ja, Simon Ja, Simon Oh no Oh, da kann ich mich jetzt leider nicht gewähren Simon Ja Hervorragend gemacht Genießen Genießen Hervorragend Oh, was war das wieder für ein Ah Ah Das ist doch eine schnelle Runde hier Wie gut, Mann So, geht es Was geht ab? So, jetzt Eigentlich Machen wir immer ja Ähm Zwei aus drei Aber das ging jetzt viel zu schnell Ich glaub nicht, dass wir eine große Folge voll haben Wir geben euch noch mal eine Chance Einmal weiter Einmal weiter Einmal weiter Wir machen es jetzt einfach endgültig, Simon Ne? Wir machen den Deckel drauf Einfach den Deckel drauf Weeey, euch durch Wechsel Sehr schön Wow Wow Ähm, okay, gut Hier Wunderbar Er weiß wahrscheinlich nicht, wer dran ist Natürlich Was? Ja, Fabian Bist du mich jetzt verkackern? Alter Das war selbst gebistet Was für ein Ein Arsch Ey Arno, das war einfach echt richtig unnett Ja, komm ey Ich wollte es jetzt einfach mal ausspielen Stehst du? Ja, spiel es aus Das war nice Ja, ja, schön, schön Troph auf die Kerle Alter Come on ey Wir graben euch Stück für Stück ein, versteht ihr? Ja, ja So, sag mal Du bist ein Kumpels, Mann Du schluchst jetzt auch erstmal Ach was Das geht jetzt hier gleich Zack, da ist es ja schon Ja, ich hab gehört, du hast rot Aber eine 3 hat ein Haar Ja Oh, shit Oh, nein Die wollen ja eigentlich weg Ja, richtige Farbe Ja, ich Yay Oh, super Das gefällt mir doch Die Karten sind scheiße Ähm Die wollen? Ja Yay Ey, echt herrlich Das ist doch unglaublich Wow Ist das ein Sacklöschel Ist das ein Sacklöschel Und grabt Und grabt Und immer zu grabt Jaja Ja Natürlich Sehr gut, ey Der sehr schön Oh, oh Oh, okay Ist das nicht euer Ernst? Komm, Martin Kriegst du schon Krämpfe, Martin? Oh mein Gott Komm Warte Ja, genau Wunderbar Fabi hat erstmal Pause Ja, ist okay Genauso wie Simon Simon? Simon? Ich fühle meinen Anfangsbuchstaben diskriminiert Oh Oh Ein schöner Stöner, Mann Schöner Stöner? Schöner Döner Stöner, Döner Döner macht schöner Oh Oh Wunderbar Arnold Ja, ich kann Warte Sicher, nochmal? Fabi, Alter So, Martin, jetzt Mach den Tackle zu Leider nicht Ich hab noch ein paar Ich hab noch ein paar Was soll ich machen? Du hast es belassen Wieso hast du nicht die Karte dem dran genommen? Ähm Ja, achso, natürlich Ach, es tut mir leid Ich muss, ich musste Ha Natürlich nicht Puh, das war jetzt Verschwendung aber Ja, das war schon auch nicht Verschwendung Die Farbe ist gleich geblieben Aber ich will einfach mal ein bisschen trotzen, verstehst du? Ja, ja Die Kohle auf den Tisch legen und weggehen Ich hab hier blau Ja, jetzt muss Simon aufnehmen Hahahaha Scheiße Ne, ne, ne Drei und fünf in blau Drei und fünf in blau Drei und fünf in blau Du lügst doch, ey Hast du mal überlegt? Hast du geguckt? Habe ich eine vier? Ich hatte eine, aber ich will ja nicht von blau weg Richtig Komm Simon Hahahaha Loll, was da alles kommt Häh? Na gut, er macht's halt, Martin Aaaaaaah Ja Aaaaaaah Tüfti Oh man Mann ey Einfach so ne Kacke Ist doch echt doof Ich bin mir als ob du kein Grün hast jetzt Guck mal, wir müssen jetzt was machen Ja klar Warum am Acme Soll mal man Na ja, ich weiß Kipp 나도 Komm Eeeh Denk dir aber leider nix Mehr Ja doch Adon hat dreizehn Ich hab eine Ist das ne Verbesserung? Ja Das ist ne Verbesserung Ruman Ach Ja Er hat ne gelbe, ne Ja Ja, lass mal schön aufnehmen Was erwünscht sich, gell? Überraschung Damit hat keiner gerechnet, ne? Oh Ja, meine Ja, klar, ich helfe ja Tja, Arnold Blöd, ne? Trifft halt mich Ja, macht ja nix Ja Simon ist immer der, der da Tempo draufhaut Odo Jetzt ist die Frage, Martin, gell? Was hat er da? Ich try's, pass auf, ich try's Das hat er nicht Oh, come on Das hab ich nicht Oh, come on Oh, come on Oh, come on Oh, come on Piep, oh, piep, piep Fabi, du hast doch so viel Rote, Mann Lass mich in Ruhe Oh, bunt Aussetzen Einmal aussetzen, bitte Komm, ich drücke mal die plus vier Die zieh ich nicht, Arnold Oh Halt die Backen Halt die Backen Ach, ihr Schweinebacken, ey Ach komm, ey, stell dich was an Bin beleidigt, lass dich Udo 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 Zack, zack Uuh Ach, komm, ey Oh, er hat nochmal aussetzen Oh, der Sau Und Der Sau Gibt's doch nicht Als ob Schade Ja, jetzt Ich krieg's manchmal das Gefühl des Spiels Lässt einen Karten ziehen Damit man länger weiterspielt Simon Simon Fabian Fabian Simon Erstmal Karten auffüllen Erstmal wieder auffüllen Man ist ja dann auch nicht dran, ne Das ist halt irgendwie so doppelgestraft Oh, schade Ah Oh, ja Oh Komm, Martin Oh, ja, Colica, die andere Das ist jetzt scheiße Ah, das ist bitter Natürlich Warte, Fabi, immer rot hatte er Ja, ich hab immer rot, dann Nimm die rot Nimm die rot Okay, scheiße Schade Oh 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 Ah 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 Das ist so dumm Ähm Simon mit dir oder mit Ja, nimm meine Mit Arnold kannst du auch machen Ich überleg gerade, dass es was besser ist Dann muss Simon gleich wieder aufnehmen Simon 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 Na ja Guck mal Haben wir ne 3 Haben wir Haben wir Heiß immer gut Hammer 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 Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Simon ne? Das spüren unglaublich Oh warte, hättest du die andere machen müssen Alles gut Arnold Ok Na komm Erstmal die Plus 2 wieder gedrückt. Die muss raus, sonst krieg ich sie ab. Nochmal Arnold, wir machen nochmal Geld. Oh, jetzt geht's los. Nein. Ähm. Boah, wie die Musik dazu. Wie sie anzieht. Ja, ja. Zwei Leute mit Uno, oh mein Gott. Es geht einfach um alles. Es ist beim Spiel nicht vorgesehen. Nein. Natürlich. Genau die richtige Karte. Oh Mann. Oh. Natürlich. Das ist so unglaublich. Wie viel Sieglück kann man bitte haben? Mann. Ey, Barbie. Du warst doch grün, oder? Siehst du Arnold, jetzt war der Richtungswechsel wieder gut. Die habe ich gerade gezogen, Mann. Oder? Boah, nein. Nein. Das war die ich vorher hatte. Nein, die war noch von mir. Nein, die war noch von mir. Manuel? Ja, ich überlege halt, welche von diesen Scheißkarten ich spiele. Oh nein. Oh nein. Sehr gut. Sehr gut, Simon. Oh, oh. Oh mein Gott. Okay, friss das. Friss das? Das ist Wahnsinn. Unglaublich gelb. Der hat eine gelbe Null, ne? Der eng dran. Ja, macht nix. Ich habe eine gelbe Null. Sehr gut, ey. Danke Arnold. Danke Arnold. Ach, herrlich. Wuuu. Ach. Mein Gott, Barbie ist ja ein Scheißgericht. Ja, ne? Erstmal. Was? Genau, ey. Ah. Unglaublich. Wieso... Sie denn nicht... Die Nummer, man. Das ist schon oft genug. Da haben sie das Lack nicht, Arnold. Ja, ja. Uno. 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 Er hat noch eine blaue, glaube ich. Uno. Bruno. Sehr gut. Das ist immer schwierig, ey. War ein schönes Spiel. Oh, ist klar. Glückwunsch, Simon. Glückwunsch. Danke fürs Zusehen, liebe Zuschauer. Danke, danke. Wir bedanken uns für alle Fans, für alle Grußbutschaften und danke, dass ihr das Team bunt in der Galilie so unterstützt habt. Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.